Seit Anfang dieser Woche ist Mittelfeldspieler Patrick Sondheimer bei Viktoria Köln. Der 23-Jährige, der im Markt Oberdorf geboren wurde, bestritt bereits 57 Zweitliga- und 48 Drittligaspiele. Damit kann er für Viktoria Köln zu einer echten Verstärkung werden. Das glaubt auch Sondheimer. Ich bin sehr, sehr laufstark, haue mich in jede Zweikämpfe rein und will natürlich auch in der Offensive für Tore sorgen, für Assists. Ich hoffe einfach, dass ich der Mannschaft da erfolgreich helfen kann. Markus Stegmann, der sportliche Leiter der Viktoria, attestiert ihm ebenfalls großes Potenzial. Patrick Sondheimer bringt natürlich schon für seine 23 Jahre eine Menge Erfahrung mit. Er war Stammspieler beim Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga, ist zuvor mit ihnen aufgestiegen. Von der 3. in die 2. Bundesliga. Dementsprechend weiß er auch, wie Erfolg geht. Aber unabhängig davon ist er ein Spieler, der sehr laufstark ist, der ein sehr gutes Umschaltverhalten auch in die Offensive hat, sich gut in den Zwischenräumen bewegt und einen Spielertuch verkörpert, den wir so noch nicht in unserer Mannschaft haben. Und deswegen freue ich mich, dass er uns mit seiner Laufstärke auch dann sicherlich verstärken wird. Wir brauchen wir ja!